Oh, da ist Donald Duck wieder. Boah, Junge, wir sind auf dem Road to Reitenberg. Road to fucking hell. Legend fucking Durian. Boah, jetzt 6. Gang. Boah, ich bin so aufgeregt. Ich mach mir gleich in die Hoos. Ich werde euch jetzt exklusiv verraten können, was DD ist. Eine Stellungnahme, Herr Reiter. Doppel D. Ja, es ist sehr schön hier in diesem Mannschaftsbus, das Klima wunderbar. Das Klima, das Klima wunderbar. Er hat noch nichts gesagt, er hat noch nichts fucking gesagt. Das ist Dresden, ein bisschen mehr Respekt. Wie verarscht, ob wir Dresden sind. Nein, also das kennst du eigentlich. Ja, auch dicke Partymusik am Start hier, ne? Das ist so ein Floßmix. Eigentlich müssen wir jetzt, ich hab ja leider meine FC Rasex-Idee vergessen, den Sound. Den Hymn im Sound. Da hab ich vergessen. Oh, hier bin ich in Santen. Jetzt bin ich ja gar nicht, oh, Santen muss man füllen. Sieben Kilometer geradeaus, dann bleiben noch 200 Meter und dann müssen wir irgendwie... Wo haben wir das? Nee, geradeaus, geradeaus. Ja, das weiß ich nicht. Hier mal ein paar, ein paar, äh, Impressionen hier. Oh, das ist schon sehr ländlich. Rechts geht's übrigens nach Orsäu. Das hab ich schon. Das soll der Westen sein. Dresden. Hier wird auch Migrationsarbeit geleistet. Ja, stimmt. Osten ist rein. Hier gibt's frische Vielfahlinge, Leute. Geil. Wir sind ja vorhin irgendwann reingefallen in die Golden Gate, Rheinbridge. Ja. Und ich hab... Tim Pensko, ja! Ja! Von der anderen Seite des Rheins und die waren noch gesteckt. Und wenn ich das hier so sehe, ich... Mein Herz schlägt epochal, äh... Was ist denn auch eine Kampfonie hier? Ich bin überschnitten. Auch wenn ich hier nicht höre, ist trotzdem eine Kampfonie in meinen Ohren. Das ist unglaublich. So eine Kuchenflanz, verkauft bitte eine Kuchenflanz. Hier ist die Gärtnerei Team 3. Das ist ja unglaublich... Das ist unglaublich lieb. Oh, nein, nein, nein! Mach Tim Pensko an! Warum weg? Oh, geil! Komm, wie die singen mit? Ich kann das immer weg. Sing lieber. Wenn ich jetzt wieder... Sie holen mit uns. Ist das schon? Alles, komm mal jetzt alle. Äh... Ist das so? Geiler Song. Oh, geiler Song. Oh, Live-Version! Oh, Winnie! Ich mach jetzt die Mitfahrtkamera, wie man das so immer kennt. Ja, der Wagen, der Wagen, der Wagen zieht gut. Das ist eine Polizei-Ding. Ja, der Wagen, der Wagen, der Wagen zieht gut. Das ist eine Polizei-Ding. Das ist so. Ja, ja. Ja, keine Ahnung. Ich kenne euch. Ich kenne mich doch nicht wirklich. Ich musste meine fassendliche Meinung abgeben. Ja, der Wagen, gute Qualität, gute Frau. Auch, ist okay. Ja, der Wagen zieht gut. Ach, der liebste. Der Wagen zieht gut. Mach das dir doch bitte. Oh, schade. Du hast doch mit München, in München, in München, in den letzten Jahren eingestellt. Kameras so vorne reingestellt. Kannst die Antwoche sehen, und... Ja, über die Autoppen. Alles, was es gibt, und so ist immer noch geradeaus. Kein Daumen nach weg. Und weg. Auf uns die Welt... Was? ...grataus. 4 Kilometer. Ja, das ist so viel. Boah, habt ihr das gehört? Ja, das ist so viel. 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 Leute, Wagenübergang. Aufpassen, bitte. Nein, voll. Aber du kannst das doch nicht. Ey! Alles! Ja, aber wo? Boah, Gänseeier. Gänsehaut. Das ist echt geil. Das ist echt geil. Üblicher Film. Ich mach mich mal nackig. Ludwig, geh dich aus. Teil hat der Fall. Oh Gott. Was ist hier los? Boah, Ludwig, bin jetzt gar teils. Also... Geht schon, geht schon. Oh, ne? Ach, verdammt. In Richtung Fees, ey. Oh, Neckel. Immer noch geradeaus. Immer geradeaus. Neckel, ne? Immer hier. Oh, ey. Sie waren echt jetzt geil. Das ist okay. Hüppig. Ne? Sie hat gesagt. Dann bin ich jetzt mal die Scheibe aufgemacht. Ja. Ja, ne. Ich bin kein... So ohne Fletch bin ich nicht. Hier. Reiz da. Reiz da so Mitfahrkamera hier von Flo. Jetzt schlaf ich wieder. So wie bei Top Gear oder so. Einfach erstmal weiterfahren. Wir wollen echte Aufnahmen aufs Rechenleben. Ja, okay. Dann stelle ich wieder so hin. Also, weißt du, wir knüpfen jetzt auch nicht viel. Boah, Bini Talent. Reiz da, wann sollen wir da sein um halb? Bini Talent ist echt ne Grube. Das ist ne geile Band. Ohne Scheiße. Weit noch? Weit noch? Weit noch? Weit noch? Weit noch? 2 Kilometer. Weit noch? Was ist das denn? Was ist das denn? So, das ist doch nicht. Die Kamera! Ja! Obwohl ich da sage, Korean Eating Forever. Ja. Wie komme ich jetzt zurück? Hier? Langsam müssen wir auch mal erst tournieren. Judah, Judo Latex, Latex. Wie viel ist da noch? Null noch weiter, links. Wir müssen natürlich auch für das Turnier noch. Weitere Kapitel jetzt. Letztes Spieles im Film. Ah, der Link. I'm the prime. Also, bei dir kannst du ja weiter filmen, aber so lange noch nicht. Wir machen mal die raus. Ja, wir sind vorne links hier. Ja, jetzt. Oder? Nee. Nee, noch Karawas, noch Karawas. Wir gehen auf, wir gehen auf.